Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4 Und ich habe jetzt endlich MOTS installiert Mhhh MOTS installiert und mir eine Pizza gemacht Eine schöne Salami Pizza Ich kann nur sagen, das ist die alte Südpizza Das Dreierpack für Salami Falls das irgendjemand von euch kennt Mit neuer Rezeptur, also die alte mochte ich nie Da war irgendwie der Teig immer so komisch Und ähm Ich gebe das jetzt zu, ich habe keine Tiefkühltruhe Und Tiefkühltruhe ist halt bei mir im Kühlschrank Montag gekauft Donnerstag gegessen Mögen manche Leute eklig finden Ich finde das nicht so schlimm, ich bin noch nie dran gestorben Und schlecht wird die ja auch nicht Also nicht so schnell Aber mit dieser neuen Rezeptur, die schmeckt einfach so geil Dieser Boden ist so Das Rad ist so knusprig geil Oh Gott Ähm Auf jeden Fall Was ist das für ein Folgenstart Ähm Habe ich jetzt Das oben rechts Ich weiß nicht warum das da immer noch gelb ist Aber das dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein Ähm Die Motte halt, dass ich das größer machen kann Ich glaube auch, dass ich mehr Siedler machen kann In einer Region Und Und das ist eigentlich ziemlich interessant Ah, hier sieht man es jetzt nicht Ähm Hier beim Möbel weiß ich, ist es zum Beispiel dabei Hier Neue Möbel Ähm Hier Container, da gibt es jetzt Munitionskisten Steine Ähm Hier Koffer Oh, die gab es wahrscheinlich schon vorher Halt quasi alles, was da in Englisch ist Alles Das ist, das ist schon Das ist schon, finde ich schon geil Ähm Die ganzen Sachen hier, alles dabei Büro, Dinger Schreibtische Seht ihr ja Ähm Auch richtig große Sachen Campfire kann ich auch machen Anscheinend Wie ich gerade sehe Ähm Also auch viele Sachen, die ich jetzt selbst noch nicht gesehen habe Hantelbank Hantelbank Ist ja lustig Fitnesscenter Kann ich hier eigentlich auch mit reinbauen Soll ja ein Einkaufscenter werden, ne Ähm Hier selbst mal Energie bei den Generatoren Sind da so Riesendinger Drinnen Ne Ähm Laufschrift Aha Interessant Ähm Oder auch Ähm Wo war das denn, was ich hier gesehen habe War das Homemaker War das hierbei Wobei Das ist glaube ich auch nochmal Ein anderer Ähm Mod Das ist auch Das sind ganze Häuser Nämlich Drinnen Wie ihr seht Hier Das ist meine ich Eine andere Mod Hier seht ihr das Solche hier Ähm Strom Ich weiß nicht Wie die heißen Strommasten Leuchttürme Ähm Ich kann hier Einen zweiten Radiotower machen Satellitenschüssel Hütteln Also da ist schon Echt extrem viel Und das finde ich Ja mega geil Hier Walled Alter Das finde ich so geil Da werde ich hier mit diesen Dingern Werde ich so extrem viel Im Einkaufscenter arbeiten Und auch wie ihr seht Ähm Die roten Markierungen sind weg Es gibt keine roten Markierungen mehr Was ich äußerst geil finde Ähm Ja Leit mir hier Treppen Sowas an Das ist geil Super geil Ähm Also da können wir Extrem Viel Bauen Wie wir sehen Äh Die Arbeit in den Aufzügen Hat sich leider nichts geändert Hier bei den Türen Alleine da Wie viel da neu ist Ähm Solche Castle Doors Und Cell Doors Und Diner Doors Und Garagentüren Und alles Alles Ähm Und theoretisch könnte ich sogar das Klo jetzt machen Weil ich sogar ein öffentliches Klo dabei hab Ähm Habe ich jetzt aber gerade noch keine Lust dazu Ist aber auch noch nicht so schlimm Ähm Und Die Bauhöhe Habe ich auf unbegrenzt gemacht Weil ich das als wichtig angesehen hab Ach genau Hund Äh Was ich hier gerade sehe Haha Ja genau Äh Schutz Da gibt es jetzt Das muss ich mal laden Ja Protectors Und Äh Achso Ja Mr. Götzi Mr. Handy Assault Wands Sentry Bots Äh Äh Also Protectors Pots Also schon extremst Geil Was da alles bei ist Carrot Planter Solche Dinge Corn Planter Das ist schon mega übertrieben geil Also da kann man schon mal Oh ja doch Also das Das wird mich schon Freuen Oh was das denn Aha Snap and roll configurator Das ist wahrscheinlich für irgendeine mod Die ich installiert habe Der Pranger ist gleich geblieben Jetzt fällen wir mal gerade auf an den Geschütztürmen sind da natürlich auch neue Maschinengewehre Heavy Maschinengewehre Äh Laser Turrets Ich glaube das war vorher doch auch schon Missile Turrets Hallo Also es ist schon Geil Was hier so Ist Und äh Ähm Ja Also ähm Da werde ich auf jeden Fall irgendwann mal wenn es dann soweit ist Kräftig 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 ausbauen Aber jetzt haben wir erstmal über all die pizza und quests geredet Dann kann ich ja Da habe ich schon markiert Die nächste quest weiter machen Zu gallery pigmen gehen Und das machen wir ab dem massfusion gebäude würde ich sagen Die mods gefallen mir schon Das ist also wirklich auf jeden Fall Nicht schlecht Ähm Wenn ihr wollt Dass ich Ich habe ja vor Ewigkeiten mal ein Mod Video gemacht Gut das war jetzt für Die Version wo man den Nexus Mod Manager dann nicht wirklich nutzen konnte Also in der Form wie man ihn eigentlich nutzt Ähm Aber wenn ihr wollt dass ich ein Video mache Wie man Mods installiert Oder was für Mods es gibt Ich kann auch so eine Extra Reihe neben Fallout machen Ähm Wo ich Mods vorstelle Das würde ich auch super gerne machen Ähm Schreibt es einfach Und ich gucke dann mal wie ich es einplanen kann Oh oh Ähm Ich hoffe du stirbst nicht Uh Na Das ist jetzt aber Holla die Waldfee Eine Spiked Plant Eine Videotum Oh ja Fehler der Super Mutanten Ähm Ich werde vermuten Das ist wie halt in Skyrim Das ähm Durch ein paar der Mods Natürlich ein paar Begriffe auf Englisch sein werden Aber Ich sehe es halt selber so Ich modde Da darf auch ein bisschen in Englisch dann sein Das ist Wie wir ja sehen Das meiste ist immer noch in Deutsch Also äh Ist das auch nicht so dramatisch Hätte ich schon immer so viel Mais dabei Ähm Ich laufe aber eh in die falsche Richtung Ich wollte hier lang Ähm Und das alles hier Dieses Gebäude Das Mars Fusion Gebäude Na hallo Das will ich nachbauen Das will ich übertreffen Ich wollte Wobei ich eh ne Ihr seht ja hier Da sind ja diese Außenfahrstühle Finde ich super geil Will ich selbst auch machen Da ist der Boston Buggle Buggle Wie auch immer Da müssen wir ja mit Piper rein Das ist ja für sie Ein Traumparadies Das Gebäude vermutlich Ähm Plastikköbel Sagen wir Halloween oder was Wo wir haben Äh Tisch Ventil Irgendwas ist doch in diesem Ventilator Achso In diesem Ventilator drinnen Hier Schraube Warum ist das nicht markiert Kommst du mal rein Danke Warum hast du nicht den Flammenwerfer an Piper Hey Ich nehm dir mal gerade Die Munition die Munition Uh Brauch Um den Flammenwerfer zu nutzen Was gibt es denn zu tun? Ja Schreibmaschine ist das nicht auch mit irgendwelchen Sachen die ich brauche Schrauben Zahlräder und so Ein Artikel Terminal Ein Artikel Terminal Ja Fork Die gehen ja immer mit den Forks auf ein Los Okay Fork ist nicht Es könnte viel sein Ah ja Stimme der Wahrheit seit über 50 Jahren Titel Story 19 Oktober 2077 Bis 23 2077 Copyright Boston Beagle 2077 Artikel 1 Akte des Mafia Bosses Eddie Winter geschlossen Von Max Veggio Redakteur Das Boston Buggle Die Polizei von Boston hat gestern Abend verkündet Das die sämtliche Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Mafia Boss Edward Eddie Winter eingestellt hat Eine Entwicklung die für die Männer von Massachusetts Nicht nur überraschend kam sondern für viele auch vollkommen unverständlich ist Captain Jonathan Widmark vom BDP Sprecher der Sonderkommission die den Fall Winter bearbeitet hat sagte Nach der gemeinsamen Prüfung der Beweissagen mit unseren Kollegen von der Behörde für Alkohol, Drogen, Tabak, Schusswaffen und Laser Sind wir zu dem Schluss gekommen dass wir falsch sagen Eddie Winter hat eine sehr bewegte Vergangenheit aber eben keine kriminelle Hätten wir den Fall gegen Mr. Winter weiter verfolgt wäre das eine Verschwendung von Steuergeldern gewesen und die anhaltende Vervorurteilung eines Verunschuldigen Diese Wendung kam für viele unerwartet Laut den Quellen des Boston Buggle und Boston Police Department ist der Unschuldige alles andere als das Wie die Ermittlung von Captain Widmark Codenummer Operation Winters Ende ergeben hat war Eddie Winter in jeder Art von Verbrechen verstrickt von einfachem Diebstahl bis hin zum Mord Und auch wenn es keine Beweise gab gehen alle Mitglieder von Widmarks Sonderkommissionen Damit davon aus dass Winter hinter der Ermordung von Miss Jennifer Luntz steckt Der Verlobten des Chefenmittlers was auch immer die Wahrheit sein mag Boston hat offenbar nichts mehr Vor Eddie Winter zu befürchten der mutmaßliche Mafia Boss stand nicht für ein Interview zur Verfügung Sein Sandwich Laden im Süden Boston ist es geschlossen und seine Wohnung am Hafen steht leer Eddie Winter ist offenbar verschwunden Ja ja immer diese Mafia Bösse Bösse? Bosse Showdown mit China Das automata Ultimatum von Max Äh so von Max Veggio Redakteur des Boston Buggle Krieg Gab es je einen längeren Zeitraum in der jüngeren Geschichte in dem Soldaten nicht gekämpft haben und gestorben sind um die politischen Ziele der ein oder anderen Regierung zu erreichen? Die kurze Antwort darauf lautet Nein Die längere erschreckende Antwort ist dass wir noch nicht einmal wieder ahnen können wie groß das menschliche Leid noch wären kann Von Anchorage im eisigen Alaska bis nach Shantou vor der Haustür unseres Feindes sind amerikanische Truppen in einem brutalen Krieg verwickelt Sie haben viele Leben verloren und viele genommen Fast und fast eine fast unerwässliche Zahl aber nur fast Doch die Wahrheit ist dass die Verluste noch zählbar sind Diese Konflikte sind auf eine unerklärliche pervertierte Weise handhabbar Auch wenn sich das schrecklich anhört Dank Steuern und verschiedener Kriegseinnahmen konnten die USA eine Armee aufstellen wie sie die Welt noch nicht gesehen hat Das gleiche gilt aber auch für unseren Todfeind China Und mit jedem ausgegebenen Dollar kommt die Frage wofür dieser Dollar ausgegeben wurde Jede Kugel, jede Bunker knackende Bombe, jeder Leichensack Sobald sie im Krieg benutzt werden wissen wir alle wann und wo Aber die traurige und offensichtliche Wahrheit ist dass die Tage des beherrschenden Kriegs bald vorbei sein werden In den Köpfen der großen Anführer dieser Welt wurde diesen Milliarden von Dollars nicht nur ausgegeben Sie wurden verschwendet, denn hier stehen wir Nach 10 Jahren des Krieges, ohne Ende und ohne Gewinner, im Sicht Welche Option bleibt den Supermächten aus, also noch außer den Nuklearen? Und genau das ist es, das Problem Denn wenn China oder die USA ihre Atomraketen starten und ihre Atombomben abwerfen Dann wird niemand mehr da sein, um die Verluste zu zählen Niemand der eine Seite zum Sieger erklären kann Und so bleibt nur eine Frage Gibt es eine Möglichkeit, wie die Supermächte die Atomarapokalypse verändern können? Wenn es noch Hoffnung in der Welt gibt, dann müssen wir daran glauben, dass die Antwort Ja lautet Aber wir leben in einer Zeit ohne jede Hoffnung Ähm, ja, das ist traurig, dass das so quasi vorhergesehen wurde, aber es ist halt wahr Artikel 3 Unger-Krawalle in Boston gehen weiter Von Buster Connolly, Redakteur des Boston Muggle Am Freitag spielten sich in Boston absolut höllische Szenen ab Nachdem Soldaten des 184. Infanterie-Regiments der US-Army das Feuer auf unbewaffnete Zivilisten eröffnet hatten Zuvor hatte ein Unbekannter die Scheibe der Tafel von Roxbury eingeschlagen Was dazu führte, dass mehrere Personen aus der Schlange in das Gebäude stürmten Gestern Abend wurde bestätigt, dass mindestens vier Menschen getötet wurden Acht weitere sind verletzt Jonathan Corman spreche in der USA Der Army wiederholte allerdings, dass die Soldaten entsprechend der Vorschriften gehandelt hätten Die Soldaten haben mehrfach deutliche mündliche Warnungen ausgesprochen Die Leute wussten genau, was passieren würde, wenn sie die Schlange verlassen, um die Tafel zu plündern Hunger ist keine Entschuldigung vom zivilen Ungehorsam Vandalismus oder wie in diesem Fall das Anstacheln zum Krawallen Durch die das Leben jedes Zivilisten in diesem Gebiet in Gefahr gebracht wurde Die US-Army hat die Aufgabe, in diesen schwierigen Zeiten für Ordnung zu sorgen Und genau das ist auch hier geschehen Ich möchte außerdem noch einmal betonen, dass die Soldaten des 184. Infanterie-Regiments Seit zwei Tagen keine Ration mehr erhalten haben Diese Männer und Frauen wissen also sehr genau, was Hunger bedeutet Diese Reaktion kennt das amerikanische Volk nur zu gut Denn gewalttätige Szenen wie die in Waxbury haben sich wieder und wieder im ganzen Land abgespielt Die hungernde Bevölkerung versucht verzweifelt, an Lebensmittel zu kommen Und ebenfalls, wie so oft zeichnen Zivilisten die Zeuge dieser sogenannten Krawalle werden Ein ganz anderes Bild der Situation Die 85-jährige Hannah Manui stand in der Schlange vor der Tafel und behauptet Dass die Soldaten alles andere als Ordnung und Freiheit im Hinsinn hatten Sie haben gelacht Sie haben Witze darüber gemacht, wenn sie zuerst erschießen wären Es war alles nur ein Spiel für sie Die Soldaten haben vielleicht erst geschossen, nachdem dieses Fenster zurückgegangen ist Aber sie haben sich schon darauf gefreut Man kann nur hoffen, dass der Vorfall in Waxbury der letzte dieser Art sein wird Den unser Land verkraften muss Aber solange Amerika nicht die Kraft findet, die innenpolitischen Entscheidungen in Frage zu stellen Und die Bevölkerung zu ernähren, sieht die Zukunft düster aus Make America great again Ja, und das ist halt wirklich so Bei Krawallen oder Nicht bei Krawallen, bei Hungersnöten und Co Solche Ausnahmesituationen Wie reagiert man da bei Plünderungen? Natürlich gehen Plünderungen nicht Sie sind immer zu Lasten anderer Aber die Leute müssen sich halt auch irgendwie ernähren Das ist also immer zwiegespalten Das Beste ist halt, wenn man sagt, es darf nie dazu kommen Und wenn man es halt auch schafft, dass es darauf hinausläuft Aber dann gucken wir erstmal in Artikel 4 Weißes Haus, weiterhin leer Wo ist unser Präsident? Von Präsident John Henry Nein, von Max Veggio Verigateur des Boston Buggel Seit über einem halben Jahr bleibt es im Westflügel von Amerikas bekanntesten Wohnhaus dunkel Ein paar Arbeiter halten das Gebäude in Ordnung Aber seit Monaten wurde dort niemand mehr Oder leistet politische Arbeit Selbst das Pressekorps des Weißen Hauses wurde aufgelöst Oh, und wenn auch nicht offiziell Trotzdem verlangt die Presse weiterhin eine Antwort auf die wichtigste aller Fragen Wo ist unser Präsident? Zunächst wurde angenommen, dass die gesamte Regierung der USA nach Wave & Rock verlegt wurde Einer militärischen Einrichtung in einer Bergregion von Pennsylvania Einige meinen so als Westlich von Camp David in Maryland Weitere Forschungen haben allerdings ergeben, dass weder der Präsident noch eins seiner Kabinettsmitglieder im letzten Jahr in Wave & Rock waren Wenn das nicht in Wave & Rock, wo dann? Nach einer umfassenden und eingehenden Recherche hat der Boston Buggel die Antwort auf die Frage gefunden Und die werden unsere Leser sicherlich als gleichermaßen schockierend und befremdlich empfinden Der Präsident führt unser Leben von einer Poseidon-Energie-Öl-Plattform aus, die vor der Küste von San Francisco liegt Sicherlich eine eingeartige Wahl für eine Kommandozentrale des Präsidenten, oder doch nicht? Nicht zumindest so sehr, wie es zunächst den Einschauen haben mag Laut der Aussage einer gut informierten Quelle trägt die Öl-Plattform die Bezeichnung Kontrollstation-Enklave Was die langanhaltenden Gerüchte über eine geheime militärische Schattenregierung stützt Die Enklave genannt und im Falle eines Atomkriegs die Kontrolle über die USA übernehmen würde Das Geheimnis unseres verschwundenen Präsidenten würde also endlich gelüftet Aber hat der Boston Buggel damit auch Beweise aufgedeckt, dass die Welt kurz vor dem Angrund steht und durch einen Atomkrieg vernichtet werden wird? Das Schweigen des Präsidenten spricht hier wohl leider Bände Und ich finde es auch da wiederum sehr lustig, wie da wieder auf die vorherigen Fallout-Teile eingegangen wird mit der Öl-Plattform vor San Francisco Ist ja ein DLC in Fallout 3, wenn ich mich nicht täusche Nein, müsste Fallout 3 sein Artikel 5 Boston auf dem Weg zum ersten World Series Sieg seit 1918 von Buster Connolly Wie jedem Boston Donner nur allzu schmerzlich bewusst sein dürfte, ist es 159 Jahre her, dass die Stadt seinen Sieg in der World Series feiern konnte Ob Strikes, Fehler im Außenfeld oder ein Ball, der einem Spieler durch die Beine kullert Niederlagen sind seit Jahren unsere ständigen und liebsamen Begleiter Aber nicht mehr lange In einer der spannendsten World Series seit Jahrzehnten konnte Boston eine 3 zu 0 Texas ausarbeiten Betting, Fielding und Pitching sind perfekt ausbalanciert Und vor allem dank des legendären Trainers Dusty Wilder Und haben dem diesjährigen Team damit zum ersten Mal seit ewigen Zeiten eine Chance auf den Sieg geöffnet Noch ermutigender als die Tatsache, dass das vierte Spiel hier in Boston stattfinden wird Ist, dass das Team noch nicht auf den Star Pitcher Matt The Missile Murtive zurückgreifen musste Mit ihm auf dem Maut sagen einige nicht nur einen klaren Sieg für Boston voraus Sondern sogar eine zu 0 Klatsche für Texas Ja, seit Jahren haben die Stände in Boston Baseballfans mit Bier, Hotdogs, Erdnüssen und bitteren Niederlagen versorgt Aber am Samstag, den 23. Oktober 2077 Wird nur höhere Gewalt oder eine von Menschen ausgelöste Katastrophe Boston noch den Sieg streitig machen können Morgen, meine Freunde, wird das Unvorstellbare wahr werden Und das Leben in Boston wird nie wieder so sein wie früher Und das hat es zwar getroffen, allerdings Auf eine ganz andere Art Als man es sich gewünscht Und erwartet hat Was ist hier? Achso, da ist gar nichts Das ist ja super Was ist hier noch? Man kommt sich gar nicht vor wie in einem Hochhaus Sondern eher als würde ich in irgendeinem Keller sein Äh, Fork ist es ja nicht Na doch Okay, wenn Fork, dann kann darum auch nicht sein Dann kann Like Theoretisch sein Okay, Like hat auch gar nichts Äh, dann ist Slap Durchaus möglich Okay, nicht Äh Äh Da ist eine Klammer Aha Okay, ähm Slap, Fork Und Like sind es nicht Kann es Cave sein? Nein, Cave kann es nicht sein Ages Ist durchaus möglich Okay Sind das dieselben Artikel? Yo Ich wollte nur nochmal sicher gehen Warum ist Seife Und ich brauche dieses scheiß Öl als Markierung Oh Das geht so gar nicht, wie das jetzt ist Dass ich mir Öl nicht markiere Also, dass das nicht markiert ist Wow Wie können wir? Ich bin noch mit dem Fahrstuhl hochgefahren Dachte ich Ach, dann haben wir da wahrscheinlich gleich einen Ausflug, ne? Aha Aha Hm Naja, das war vielleicht einer zu viel, aber das macht nicht, wir haben ja genügend Wasser Kisten mit San Francisco Sunlights Aber so ein Ausblick nur ein bisschen besser noch Hier, so wie das da oben Den werden wir haben, wenn wir Alles klar Ja, wir stehen auch schon Quasi eigentlich nicht mehr auf dem Boden Aber so ein Ausblick werden wir auch in unserer Stadt haben Also, in der Burg In dem Einkaufszentrum Hm Huch Jo Aber ich mache jetzt mal einen Cut Bis dahin Und tschüss Bis dahin 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 Bis dahin